Musik Seht, die gute Zeit ist nah, Gott kommt auf die Erde. Kommt und ist für alle da, kommt das Friede werde, kommt das Friede werde. Herr und König, groß und klein, kranke und gesunde, arme Reiche lädt er ein. Freut euch auf die Stunde, freut euch auf die Stunde. Halleluja, Halleluja. Heute spiele ich Ihnen ein Werk von César Frank. Ein Noel, ein Weihnachtslied. Es geht in G-Moll los, wechselt dann in die freudige Tonart G-Dur und springt am Schluss wieder zurück in die Ausgangstonart G-Moll. César Frank war ein französischer Komponist und Organist deutsch-belgischer Abstammung. Seine Mutter war Deutsche. Er lebte von 1822 bis 1890 und er gilt heute als einer der bedeutendsten französischen Komponisten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Amen. Komponisten Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020